Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Sonntag und das Wetter lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Ich war heute nicht unterwegs und gestern war das dann doch nicht möglich. So ein halbherziges Video im Außenbereich wollte ich euch eigentlich nicht präsentieren. Das macht wenig Sinn in meinen Augen, würde ich sagen. Ich habe einen schönen Kaffee gemacht, wirklich sehr, sehr lecker. Ja, herrlich. Und habe mir gedacht, wir haben ja, oder ich habe ja für euch in der Vergangenheit schon einige Software-Videos gemacht für euch. Also Rahmensetzungen bei Photoshop, Rahmensetzungen bei Lightroom etc. Wir sind ein bisschen bei Lumina eingestiegen. Und ich würde gerne die Software-Videos ein bisschen in der Serie fortsetzen. Das werde ich wahrscheinlich so dieses Jahr so peu à peu machen, damit ihr auch mal so ein bisschen so den Workfloor auch ein bisschen mit nachvollziehen könnt, wie ich den so aufbaue und was ich alles so verwende. Und da kriegt ihr so einen kleinen Einblick. Und da habe ich mir gedacht, ich gebe euch ruhig ein paar Tipps an die Hand, wie ich manches gestalte. Auch da kann man sich sehr gut drüber austauschen. Das finde ich immer sehr, sehr nett und sehr, sehr cool. Und diesmal soll es gehen über Affinity Photo. Ja, ich habe von den letzten Livestreams, die wir gemacht haben auf meinem Kanal, den ich sehr, sehr gut fand, da haben wir auch eine Umfrage gemacht. Oder ich habe eine Umfrage gemacht, eine Absprache mit Lee Murat. Und da habe ich doch gesehen, dass einige doch auch andere Software nutzen, zum Beispiel auch Affinity Photo, was ja sehr spannend ist. Und da möchte ich heute mal ein bisschen einsteigen. Ich habe heute am Start nicht die neueste Affinity Photo Serie, sondern die dem Vorgänger noch, also noch die erste Version. Ich weiß, es gibt mittlerweile eine zweite Version, aber der Workfloor sollte eigentlich identisch sein. So, Affinity Photo ist ein bisschen aufgebaut wie Photoshop. Photoshop nimmt sich vom Workflow her nicht sehr, sehr viel. Es ist ähnlich und trotzdem sehr, sehr spannend, weil es ist, du zahlst die Software nur einmal und dann kannst du die immer nutzen. Bei vielen, die Foto der ersten Varianten, da habe ich die Erfahrung gemacht, alle Updates, die kommen, sind immer alle kostenlos. Also ich musste da nichts, irgendwas kaufen. Jetzt ist die Software weiterentwickelt worden nach, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe die schon drei, vier Jahre und jetzt kam eine neue Version raus. Und die musste man jetzt natürlich kaufen. So, nicht desto trotz finde ich die nicht teuer im Segment, vom Preissegment her. Musst du mal gucken. Ich habe jetzt noch die nachgeguckt, was die neue Software kostet. Die alt hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Dann bin ich ja alles täuscht. Schon sehr, sehr lange her. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal an, wie da die Rahmensetzung ist. Warum Rahmensetzung? Warum fange ich damit an? Eigentlich ganz einfach. Ein RAW-Bild kannst du eigentlich mit jeder Software entwickeln. Du kannst das mit Lumina machen, du kannst das mit Lightroom machen, mit Photoshop, mit Photoshop Elements, mit Affinity Photo. Also mit jeder Softwareentwicklung, wo du Fotos entwickeln kannst, kannst du RAW-Bilder eigentlich bearbeiten. Was man nicht mit jeder Software machen kann, sind Rahmensetzen. Ich finde Rahmensetzen eigentlich manchmal doch eine schöne, schöne Gestik. Also ich finde das eigentlich manchmal schön anzusehen, wenn so ein Foto noch so einen kleinen Rahmen hat. So digitalmäßig, als wenn es an der Wand hängt. Und das geht halt nicht mit jeder Software. Und da würde ich sagen, wir steigen einfach mal heute ein mit Affinity Photo. Und ich packe euch da eine Serie ein bisschen zusammen von Lightroom, Lumina, Photoshop, Affinity Photo. Und packe euch das in ein Album rein. Ich glaube, ich habe schon eins angesetzt. Software, da musst du mal reingucken. Vielleicht schreibe ich das nochmal um. Aber es ist auf jeden Fall ein Album da, wo ihr das alles nachvollziehen könnt. Ja, das möchte ich gerne ein bisschen splitten im Laufe des Jahres, über das Jahr drüber hinaus. Dass wir ab und zu mal auch ein bisschen in die Entwicklung, in die Softwareentwicklung reingehen. Weil die Fotografie im Außenbereich ist eine Seite. Die Entwicklung am Schreibtisch ist eine andere Seite. Und beides findet bei mir einen sehr hohen Einklang. Also ich nehme mir für beide Sachen sehr, sehr viel Zeit. Und ich probiere auch mal gerne Sachen aus. Also ich gucke auch gerne mal über den Tellerrand drüber hinaus. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Also, findet ihr Foto heute, Rahmensetzung, wenn euch das interessiert, dranbleiben. Bestimmt spannend. Und bis gleich nach dem Entrum. Ich würde sagen, wir starten auch gleich auf den Desktop. Und wenn man jetzt die Foto aufmacht, dann kommt dieses Vorschaubild. Ja, da ich natürlich die erste Version habe, kommt natürlich hier gleich das Upgrade. Also V2-Upgrade-Angebot, 25 Rabatt. Also das könnte man jetzt machen und wäre mit Sicherheit noch ein bisschen günstig. Das mache ich natürlich nicht. Ich brauche es aktuell noch nicht. Also hier ist noch kein Vorteil. Da drin war, ich natürlich mehrere Softwareprogramme benutze und lasse die erste Version. Und das klicken wir hier einfach weg. Ansonsten könnte man jetzt hier auch ein neues Dokument erstellen. Das wollen wir aber nicht. Wir schließen das einfach und fügen einfach ein Bild per Drag & Drop hinzu. Ich bin auf dem Windows-Rechner und das heißt also, ich kann das einfach hier rüber schieben. Und dann öffnet sich das Foto in dieser Software automatisch. Ja, und hier sollte es jetzt gehen, einfach einen Rahmen zu setzen. Jetzt habe ich bei FiniDiFoto mehrere Möglichkeiten. Variante 1 ist, ich setze einfach einen Rahmen ganz, ganz schnell. Das heißt, wir gehen auf dieses FX. Dann gehen wir auf den Randung. Ich mache hier ein Häkchen dran. Nach außen hin geht nicht, weil das Maß nach außen, ich habe jetzt kein anderes, ich habe nur das Foto hier drin. Also ich kann jetzt nichts nach außen produzieren. Muss also nach Mitte oder innen sein. Wir gehen mal einfach nach innen und die Füllfarbe, die nehmen wir in weiß. Und wir wollen also in weißen Rahmen setzen. Und dann kann ich einfach hier den Radius erweitern. Und ihr seht also, der Rahmen, der wird jetzt hier gezogen in das Bildrahmen. Das heißt also, ich schneide jetzt hier ein Stückchen von dem Bild weg. Bei einem sehr, sehr schmalen Rahmen ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber umso breiter der Rahmen wird. Ich kann natürlich jetzt auch hier per Hand eingeben. Meinetwegen 350. Moment. Also 350 habe ich gesagt. Und ihr seht also, es wird also hier vom Bild weggeschnitten. Und das will ich natürlich nicht. Also wie gesagt, beim sehr, sehr schmalen Rahmen, wenn ich so einen kleinen, schmalen Rahmen haben will, dann ist das kein Thema. Aber beim breiten Rahmen wird dann zu viel weggeschnitten. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Und das soll es auch nicht sein. Aber das wäre eine Variante, die geht relativ zügig. Und dann könnte man erschließen und könnte das Bild dann halt ausgeben. So, das wollen wir uns aber nicht angucken. Also wir gehen jetzt einfach wieder rückgängig, so wie wir es gemacht haben. Und ihr seht schon, ihr findet die Fotos ähnlich aufgebaut wie Photoshop. Ich habe also hier auf der linken Seite meine einzelnen Werkzeuge, die ich immer schnell auswählen machen kann, wie ihr das von Photoshop wahrscheinlich kennt. Auch bei Photoshop Elements dürfte das ähnlich sein. Und hier oben in dem Menüreiter habe ich auch diese gewissen Anordnungen, wie ihr das auch bei Photoshop auch kennt. Ist also sehr, sehr ähnlich. Auch hier habe ich einen Lineal-Trenner. Und hier auf der linken Seite habe ich dann meine Farbwiedergabe. Also hier auch wie bei Photoshop das ist, Histogramm und Pinsel und Zeichnung. Und dann kann ich hier unten die eigenen Ebenen festlegen. Und so ist das Programm halt aufgebaut. So, das Erste, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir machen einfach eine Kopie von dem Originalfoto. So, ja, wir machen einfach, wir duplizieren das Bild, weil wir wollen ja nicht auf dem Originalbild das machen. Und dann müssen wir auch eine neue Pixel-Ebene erstellen. Ja, die legen wir jetzt einfach mal oben drüber. Wäre jetzt eine Variante. So, dann müssen wir auch die Pixel-Ebene definieren. Das heißt also, wir gehen in die Leinwandgröße ändern. Und ihr seht also, auch hier wird das einmal angegeben in Pixel. Also 6.927 mal 4.618. Das entspricht also 24 Megapixel. Und wir geben erstmal den Anker auf den Mittelpunkt, weil wir wollen ja, dass der Rahmen dann später in den gleichen Abständen von der Mitte des Bildes aus rechts und links und oben und unten gesetzt wird. Und ich will aber nicht die Ausgabe im Pixel, die Einheiten, die ändere ich hier in Millimeter. Millimeter können wir relativ schön rechnen, würde ich sagen. Und wir sagen jetzt hier einfach plus 20. Gehen wir mal auf der Seite hinzu. Und hier auf der anderen Seite auch plus 20, damit das im gleichen Verhältnis ist. So, jetzt seht ihr, also das Bild ist jetzt, also der Rahmen, den wir jetzt hier haben, der ist jetzt nicht ins Bild reingegangen, sondern ist außerhalb des Bildes, hat das jetzt stattgefunden. Und jetzt könnte ich das schon ausgeben. So, wenn mir das jetzt aber so noch nicht reicht, dann kann ich jetzt auch ganz einfach sagen, ich setze jetzt einfach einen dreidimensionalen Rahmen, also ein dreidimensionales Feld, dass ich unten so eine Schattwirkung erziele. Das heißt also, wir gehen einmal hier mal Schatten nach außen und hier den Schein auch nach außen. Da machen wir auch ein Häkchen dran. Und dann gehen wir mal einfach hier mit den Radius ein bisschen höher. Hier müssen wir wahrscheinlich dunkel machen. Und hier auch mit den Scheinen nach außen auch identiziert, gehen wir ein bisschen höher. Mit den Radius gehen wir ein bisschen höher. Und mit dem Versatz gehen wir auch mal ein bisschen höher. Aber wir sind auf der Pixel-Ebene, das stelle ich fest. Wir müssen auf den Hintergrund gehen. Und jetzt müssen wir noch, dieses war mein Fehler, also hier, das müsst ihr da auswählen. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Schein nach außen, Schatten nach außen. Also ihr seht auch, mir passieren also auch Fehler. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja alle Hobbyisten und keine Vollprofis. So, ihr seht also jetzt hier, bei den Scheinen Schatten nach außen, so wie der Winkel jetzt hier eingestellt ist von diesem 315 Grad, bewegt sich der Schatten auf die rechte Seite. welchen auf die linke Seite haben, dann ändere ich einfach dieses Verhältnis. Und ist mir das jetzt hier zu stark, dann nehme ich einfach die Identität wieder ein bisschen zurück. Und den Versatz nehme ich ein bisschen, ja, würde ich sagen. So. Den Radius erweitern, wie ihr seht, es wird weicher, wenn ich den Radius hier auf 100 Pixel, also hoch mache, dann wird das weicher. Und ich glaube mal, so können wir das schon mal stehen lassen. So, beim Scheinen nach außen, dann gucken wir mal, was mit weiß jetzt passiert. Es wird also überlagert. Ihr seht also jetzt hier, ist ein weißer Radius entstanden. Nach dem machen wir mal dunkel. Nicht ganz so dunkel, würde ich sagen. So sieht das eigentlich schon sehr, sehr nett aus. Und ihr seht also auch hier an diesem Rand, bewegt sich das, wenn ich das jetzt hier wegnehme. Ihr habt das gesehen hier unten. Achtet mal da drauf. Da nehme ich die Indizie drüber. Und jetzt habe ich dann wieder diesen Bereich. Das heißt also, wir haben einmal den Schatten nach außen gelegt. Das ist also das hier. Und wir haben den Schein nach außen gelegt mit einer dunklen Farbe. Also auch so, dass es dreidimensional wirkt. So, bei der Umrandung. Das ist also im Bild hier. Jetzt können wir auch nach außen gehen, weil wir haben ja hier eine Pixie-Ebene erstellt. Und jetzt kann man auch sagen, wir machen das in weiß und ziehen noch so einen kleinen, kleinen Rand an. Nicht so viel, würde ich sagen, damit es nicht ganz so kitschig wird. Aber so sieht das sehr, 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 sehr nett aus. Und das kann man so stehen lassen. So, wer jetzt noch will, der kann jetzt noch einen Text reinsetzen, also eine Grafik. Nicht auf die Pixie-Ebene, sondern auf den Hintergrund. Und die gebe ich jetzt auch in weiß aus. Und weiß. Und dann sage ich auch hier, dass die soll eine Linie gezogen werden mit 0,2. Und Textfeld nehme ich jetzt meinetwegen in der Schreibschrift. Und hier sage ich ungefähr 24er Größe. Das reicht aus. Und dann können wir jetzt hier mein Ding nochmals reinschreiben. Also wir können das Bild signieren. Ich schreibe jetzt einfach mal Momente. Fotografie. Also wer mich jetzt ein bisschen verfolgt und auch bei Instagram verfolgt, der sieht, dass in letzter Zeit auch hier solche Sachen kommen. So, jetzt seht ihr hier, ich habe jetzt hier also einen grünen Strich hier gehabt. Das ist genau das Feld, wo das eben halt mittig gesetzt wird. und die Höhe unten passe ich einfach auf das Bild an. Und dann sage ich hier noch bei dem Schriftzug, ich will das auch nicht in 100% haben, sondern ich sage hier bei der Deckkraft gehe ich runter auf 40%, damit das nicht zu stark ablenkt. und dann ist das völlig okay. So, und jetzt haben wir ja unser Bild erschaffen, dreidimensional und die Rahmengröße haben wir hier mit 20 mm angepasst, also gleichzeitig oben und unten. Und das kann man natürlich dann variieren, auch mit einem höheren Rahmen. Und dann kann man auch die Schrift auf den Rahmen unten setzen. Ich habe jetzt einen schmalen Rahmen, habe ich jetzt gemacht und habe die Schrift hier reingesetzt. Das ist völlig okay. Und jetzt geben wir einfach das Bild aus. Wir gehen auf Exportieren und dann sagen wir hier J-Bag-Ausgabe. Also ihr seht hier, ich kann ja bei Finity Photo mehrere Sachen wählen, also auch GIF und TIFF-Datei. Die gehen zum J-Bag aus und die Größe bei 7000 Arlott lassen wir. Das ist nämlich dieses gesamte Feld. Und also das gesamte Dokument, das könnte man, nee, kann man doch nicht ändern. Ich kann aber hier die Größe ändern, das will ich aber nicht. Und dann habe ich eine Dateigröße von 25 MB, Entschuldigung, und dann geben wir auf einfach Exportieren und wir sagen dann Postberg, das können wir stehen lassen. Machen wir mal Makro und dann geben wir das Bild einfach aus und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Rahmen. Ja, was bei Finity Photo halt anders ist wie bei Photoshop, ist eben halt, dass ich hier bei dieser Rahmensetzung, ich habe hier keine Möglichkeit gefunden, wie bei Photoshop. Photoshop kann ich das wie so eine Art Film lassen. Ich drücke auf den Recorder-Button und dann werden diese Arbeitsschritte, die ich gemacht habe, gefilmt und wird gespeichert. Das habe ich bei Affinity Photo hier tatsächlich nicht gefunden. Also wer das weiß, und sich mit Photoshop auch auskennt und vielleicht auch meine Videos gemacht, gesehen hat, ich habe das hier in einem Video gezeigt, wo man dann das filmen kann, so dass dieser Workflow, den wir jetzt hier hatten, ich nur noch einen Klick machen muss, und dann habe ich diesen fertigen Rahmen. Das habe ich hier bei Affinity Photo leider nicht gesehen, jedenfalls noch nicht gefunden, dass ich da hier irgendwo ein Rahmen, also etwas Studio ist es auch nicht, ja, ihr seht das, dass ich das eben halt hier speichern lassen kann, so dass ich wenn ich einen festen Rahmen, dass ich mehr Rahmen anlege und diese gespeichert werden und ich hier einfach drüber ziehen kann mit einem Klick. Wer das weiß, der schreibt es dann bitte unten in die Kommentare, das wäre super, super nett. So, jetzt gucken wir uns mal das Bild an, wie das aussieht. Moment, ich muss es auch erst mal kurz rüberziehen. Bilder 24, ja, ich habe hier schon einiges gemacht, hier ist das, was wir heute gemacht haben, zusammen, das machen wir mal groß und ziehen wir das auch mal hier rüber und ihr seht also, ja, diese Pixiebene, die ist automatisch weiß, ich kann auch die Farbe natürlich bestimmen, aber ich habe sie weiß gelassen und hier habe ich meine Schattenbildung, meinen dreidimensionalen Rahmen quasi gesagt und hier habe ich das nochmal getrennt mit dem, wie man das gesehen hat und die Schrift ist auch da, also super Ausgabe, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. So, so, ihr habt also gesehen, also auch bei FiniDFoto ist das sehr, sehr einfach, Rahmen zu setzen, es gibt also mehrere Wege und wenn ich einen schmalen Rahmen setze, bin ich relativ zügig fertig. Wenn ich aber ein bisschen mehr machen will, dann ist der Workflow natürlich ein bisschen größer und wenn ich natürlich dann eine 20, 30, 40 Bilder habe, wo ich meinen Rahmen setze, also so eine Stapelverarbeitung, habe ich da auch nicht entdecken können bei FiniDFoto. Aber es ist ein schöner Alter, Alternative, um ein bisschen über den Tellerraum drüber zu gucken und dann kann man auch eine ganze Menge mit machen. Wie ich das angesprochen habe in dem Video, dass man das vielleicht aufzeichnen kann, wie das bei Photoshop der Fall ist, dass ich also meinen fertigen Rahmen bei FiniDFoto da drin belassen kann, so dass ich eben halt diese Art Preset drüber setzen kann. Wer das weiß, der schreibt mir das einfach in die Kommentare, das finde ich ja sehr praktisch, damit man nicht immer diesen Workflow geben kann, sondern man kann einen ganz einfach festen Rahmen setzen. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ich könnte ein bisschen was vermitteln und ich hoffe auch, dass nächste Woche das Wetter wieder ein bisschen besser ist, dass wir wieder rausgehen können. Ich freue mich auf euch, ich wünsche euch erstmal alles Liebe, alles Gute und bleibt mir schön gesund. Ciao, Bye-bi-bye. Euer Piah. Euer Piah. Untertitelung des ZDF, 2020